Wie sind die Videos geordnet? Jetzt sind wir beim Bereich Mathe. Na, nach Klassen von 1 bis sonst wohin. Also 1 war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr findet natürlich auch Tricks. Genauso nach Themen Gleichungen lösen. Lieblingsthema, weil es am liebsten gesucht wird. Oder integrieren, differenzieren oder ganz einfach Mathe-Tricks lernen und so weiter. Und trotz alledem, ich verweise nochmal, die Suchfunktion nutzen. Wie geht das? Wenn ihr auf der Kanalseite seid, hier, hier ist eine Lupe. Hier ist ein kleines Lupensymbol. Und dieses Lupensymbol anklicken und dann erscheint dieses Feld. Und dann kann man dann das entsprechende Thema richtig eingeben. Natürlich einigermaßen richtig schreiben. Also wenn ich zum Beispiel doppelt, nur mit einem P schreiben würde, dann wäre es doppelt. Und dann würde es nicht gefunden werden. Ist aber nicht so schlimm. Kurzes Wort eingeben, Action und dann finden. Gut, ja, das dazu. Das gleiche gilt auch für Physik, für Chemie und so weiter und so fort. Aber ich mache dafür noch ein extra Video.